Lena Christ war eine bayerische Schriftstellerin. Leben, Kindheit und Jugend Lena Christ wurde als außereheliches Kind der Hausschuster Stochter Magdalene Pichler, damals Köchin auf Zinneberg, geboren. Zur Vaterschaft bekannte sich der Schmiedgeselle und Geschäftsreisende Karl Christ aus Mönchsroth bei Dinkelsbill. Lena wurde von der Stiefgroßmutter und Großtante Magdalene Pichler Gebhauser aufgezogen. Später erinnert sie sich an diese Zeit als ihre glücklichste, in der Schule zeigte sie sich talentiert und aufgeweckt. Als ihre Mutter Josef Isak heiratete, holt sie das siebenjährige Mädchen nach München. In der elterlichen Gaststätte musste sie Schwerstarbeit leisten. Das Verhältnis zur Mutter war von einer Hassliebe und schweren Misshandlungen geprägt. Sie wurde regelrecht ausgebeutet. Immer wieder suchte Lena deshalb bei ihrer Großmutter Zuflucht. Nach Jahren harter Arbeit in der Gastwirtschaft entschloss sie sich 1898 als Kandidatin ins Kloster nach Ursberg zu gehen. Trat allerdings nach anderthalb Jahren wieder aus und kehrte ins Elternhaus zurück. Eheschließungen Am 12. November 1901 heiratete sie als 20J-Jährige den Buchhalter Anton Laix. Ein Jahr später bekam sie ihr erstes Kind, ihren Sohn Toni. Am 27. Dezember 1903 und am 20. Dezember 1906 gebar sie ihre Töchter Magdalene und Alexandra Eugenie. Außerdem erlitt sie mehrere Fehlgeburten. Ihr Ehemann fiel zunehmend wegen seiner Trunksucht und daraus resultierender finanzieller Schwierigkeiten auf. Nach acht Jahren trennte sich Lena von ihm und verließ ihn mit ihren Kindern. Lena Christ geriet dadurch in große Not. Um Geld zu verdienen, nahm sie Schreibarbeiten an. So lernte sie den Schriftsteller Peter Jerusalem kennen. Am 28. August 1912 heiratete sie ihn. Die Ehe mit Anton Laix war am 13. März 1912 geschieden worden. Jerusalem brachte sie auf die Idee, ihre persönlichen Erlebnisse niederzuschreiben. Literarischer Erfolg 1912 erschienen mit Hilfe von Ludwig Thoma ihre Erinnerungen einer überflüssigen, darin schildert sie in ungewöhnlich deutlichen Worten ihr Leben, das zerrüttete Verhältnis zu ihrer Mutter und die menschlichen und sexuellen Tragödien ihrer Ehe. Das Buch hat großen Erfolg auf dem Markt und erzielte gute Kritiken. Zu diesem Zeitpunkt bis 1914 lebte sie in der Villenkolonie Gärn. 1913 verfasste sie das Buch Laus der Nögeschichten ebenfalls aus ihren Erinnerungen an ihre Mädchenzeit. 1914 erlebte die Familie den Kriegsausbruch in Lindach bei Glon. Daraus entstand das Buch Unsere Bayern anno 14. Im selben Jahr vollendete sie ein weiteres Buch, das sie zu Ehren ihres Großvaters Matthias Büchler nannte und darin den abenteuerlichen Lebenslauf eines kleinen Holzschnitzers schildert. Eine Fortsetzung dieses Buches erscheint als Unsere Bayern anno 14.15. im Kriegsjahr 1915. Auch die Erzählung Die Rumplennie schrieb sie größtenteils in Lindach. In diesem Roman schildert sie den Versuch von Johanna Rumpel, Köchin von Öde, ihre Selbstständigkeit zu erreichen. 1917 wurde ihr Ehemann, mittlerweile Soldat, nach Lanshut versetzt, wo auch sie zwei Jahre lebte. Lena Christ fühlte sich dort sehr wohl und schrieb während dieser Zeit viele Erzählungen, die 1919 unter dem Titel Bauern erscheinen. Im gleichen Jahr erschien auch Madame Beurin ein heiteres Werk. Es wurde 1993 mit dem Titel Madame Beurin verfilmt. Krankheit und Tod Lena Christ erkrankte an Tuberkulose. Bei Lesungen im Lazarett lernte sie einen jungen Sänger kennen. Sie verliebte sich in ihn und verließ ihren Mann Peter Jerusalem gegen Kriegsende. In wirtschaftliche Not geraten, kam sie durch das Fälschen von Bildern in Konflikt mit dem Gesetz. Von einer Gefängnisstrafe bedroht, fuhr sie am 30. Juni 1920 mit der Straßenbahn zum Münchner Waldfriedhof Alter Teil. Dort traf sie ihren früheren Ehemann Peter Jerusalem, der ihr eine Dosis Zyankali überreichte. Mit dem Gift beging sie Suizid. In ihrem Grab wurden später auch ihre jüngste Tochter Alexandra, ihr Halbbruder Friedrich Isaac und dessen Frau Bertha beigesetzt. Auf dem Grabkreuz ist als Lena Christ's Sterbedatum statt des 30. Juni der im Kalender gar nicht vorgesehene 31. Juni angegeben. Bedeutung Heute ist Lena Christ als bedeutende deutsche und bayerische Autorin anerkannt. Mit Erinnerungen einer überflüssigen, die Rumplenny und Matthias Bichler schuf sie drei bleibende Werke. Beeindruckend ist unter anderem die Verarbeitung ihrer eigenen Beobachtungen und Erlebnisse in ihren Büchern, die einen tiefen Einblick in das ärmliche Leben der Arbeiterklasse, der Dienstboten und der Landbevölkerung Anfang des 20. Jahrhunderts geben. Eine weitere zeitgenössische Repräsentantin dieser gesellschaftskritischen Regionalliteratur, Emmerenz Mayer, ist neben ihr in Vergessenheit geraten. Die Heimatforscherin Maria Sedlmayr schrieb über Lena Christ. Ihre Bücher sind voller Vaterlandsliebe. Den Stoff entnahm sie aus ihrer Heimat. Sie war eine überaus volkstümliche Schriftstellerin. Bestand es meisterhaft zu fabulieren, kurz im Dialog packen, spannend, voll Humor und Witz, jedoch zuweilen etwas derb. Gedenken, Museum und Ausstellung Das Heimatmuseum in Glon besitzt Andenken und Bücher der Autoren. Nachdem die Enkelin 2010 dem Münchner Monazenskier Literaturarchiv den schriftlichen Nachlass überließ, konnte im Juli 2012 eine große Ausstellung unter dem Titel Lena Christ, die Glückssucherin, eröffnen. Diese wurde von der Kuratorin Gunnar Windt eingerichtet. Punkt. Denkmäler am Rathaus in Glon steht ihre Blüste. Nach Beschluss des Bayerischen Ministerrates im Jahr 1997 wurde am 3. April 2000 eine von dem Bildhauer Martin K. Gruber geschaffene Büste der Lena Christ in der Ruhmeshalle an der Theresienwiese in München aufgestellt. Punkt. Gedenktafeln an ihrem Geburtshaus in Glon wurde 1921 von Freunden eine Gedenktafel angebracht. Für den Neubau wurde eine neue Gedenktafel von Professor Georgi geschaffen. Tafeln an zwei ihrer ehemaligen Wohnhäuser in München erinnern ebenfalls an sie. Auch in Landshut gibt es eine Gedenktafel. Punkt. Lena Christ als Namensgeberin zu ihren Ehren wurde die Straße in Glon, in der sie geboren wurde und aufwuchs Lena Christ Straße benannt. Ihr Geburtshaus bzw. der an gleicher Stelle entstandene Neubau bekam die Hausnummer 10. In vielen weiteren Kommunen wurden Straßen nach Lena Christ benannt, beispielsweise im Münchner Stadtteil Milbertshofen, Lena Christ Realschule in Marktschwaben, das Haus, in dem sie in Landshut zwei Jahre lang wohnte, wurde Lena Christ Haus genannt. Eine Gedenktafel erinnert an die Schriftstellerin, in der Stertalle Gärmering ist ein Saal nach ihr benannt. Der ehemalige Gasthof Neuwirt in Glon, unmittelbar gegenüber ihrem Geburtshaus, richtete ein Lena Christ Stübel ein. Das in einem Nebenraum ein paar Andenken an die Schriftstellerin enthielt. Punkt. Zitate. A Haus und A Kua und A Melisopal in der Foire. Hier sitzt der Reiche bei dem Armen, der Hohe neben dem Niederen und alle Standesunterschiede verschwinden bei der beschaulichen Ruhe, die über allem liegt und jeden überkommt, der dazu Frieden seinen Rettich oder Käse verzehrt und dazu sein Häflein trinkt. Anführungszeichen Punkt. Benida Garnarmand. Anführungszeichen Punkt. Werke, Bücher, gesammelte Werke. List Verlag, 1997, ISBN 3-4-7-1-77-2448. Erinnerungen einer überflüssigen. Albert Langen, München 1912, DTV, München 1999, ISBN 3-4-2-3-1-2-6-5-7-4. Laus Dirndl-Geschichten. Alleterra Verlag, München 2012, 978-3-8-6-9-0-6-3-0-8-9. Matthias Büchler, Albert Langen, München 1914, DTV, München 1989, ISBN 3-4-2-3-1-1-0-3-5-x. Alleterra Verlag, München 2012, 978-3-8-6-9-0-6-3-0-2-7. Unsere Bayern anno 14. Zweiter Teil, Albert Langen, München 1914, Alleterra Verlag, München 2014, ISBN 978-3-8-6-9-0-6-6-2-0-2. Unsere Bayern anno 14. Fünfzehntel. Zweiter Teil, Albert Langen, München 1915. Unsere Bayern anno 14. Fünfzehntel. Dritter Teil, Albert Langen, München 1915. Die Rump Lenni, Albert Langen, München 1916, DTV, München 1988, ISBN 3-4-2-3-1-0-9-0-4-1. Bauernbayerische Geschichten, Paul List Verlag, Leipzig 1919, DTV, München 1990, ISBN 3-4-2-3-1-1-1-6-9-0. Madame Beuerin, Alleterra Verlag, München 2012, ISBN 978-3-8-6-9-0-6-3-0-1-0. Liebesgeschichten, Alleterra Verlag, München 2012, ISBN 978-3-8-6-9-0-6-3-0-9-6. Verfilmungen der Fall Lena Christ unter der Regie von Hans W. Geissendörfer mit Eberhard Peiker, Paul Stieber-Walter, Sophie Strelow, Heidi Stroh-U. A. Die Rump Lenni von Regisseur Rainer Wolfhardt mit Monika Baumgartner, Karl Obermeier, NC Fuchs, Hansi Kraus-U. A. Madame Beuerin von Regisseur Franz Xaver-Bogner mit Julia Stemberger, Francis Fulton-Smith, Hannah Shigula, Franz Xaver-Krötsu. A. Hörbücher Die Rump Lenni, Hörspiel mit Eva Sixt, Rüdiger Hacker, Gerd Borger, Tanja Reit, Karin Thaler, Matthias Winter, Hans Schraku. A. Hörbücher Die Rump Lenni von Regisseur Rainer Wolfhardt mit Eva Sixt, Rüdiger Hacker, Hans Schraku.